Armin, jetzt freust du dich wohl ein bisschen zusammen, du hast doch das natürlich kindliche Körpergefühl. Und ich möchte dich an der nächsten Einkunsten auf WM am Fernsehen sehen. Mutter, ich arbeite das nicht und rede nicht so laut, das schaue ja schon alle Leute. Du verbietest mir den Mund, mir deiner Mutter, die dich unter Schmerzen geboren hat. So und jetzt mach mal so einen Doppelachsen. Ich weiss ja nicht, wie das geht. Äh... Hach so? Habe ich denn in der Höhekolonie gar nichts gelernt? Das war erstens vor 30 Jahren und zweitens habe ich mich dort wieder nach Hause geschickt, wie du bist, immer dabei sein. Ah, dummes Zeug. Und jetzt machst du mal den Spagat. Dann können wir nachher endlich die Dennis Bliemont Pirouette üben. Ja, das wird nichts so. Wir wollen einfach die Jury und das Publikum mit einem tollen Kostüm überzeugen. Warte mal. So, komm, Kind. Das ist das mal auf... So schön siehst du aus, Bub. So schön. Das ist für meine Mutter gerade etwas Schönes, was sie den Kleinen so sieht. Gut, wenn uns jemand sieht. Also gut, dann machen wir aber die Kondition. Und zwar an dem neuen schönen Hemd, das ich dir gekauft habe. So schön siehst du dann. Aber erst mal. So schön siehst du! So schön siehst du jetzt! So schön siehst du jetzt!